Hallo ihr Lieben, zwar ein Tag ein bisschen später dran, macht aber nichts. Tja, der nächste Trailer für den nächsten Hauptfilm zu schauen bei VK Bitschut, Odyssee oder Rambl. Habe mich jetzt für das Bild hier entschieden. Wenn dem so sein sollte, ist es natürlich auch schon ein ordentlicher Batzen. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss!